Hallo YouTube! Neues Jahr, neuer Channel. In diesem Video möchte ich euch meinen neuen Channel PiperThings vorstellen. Viel Spaß! Hallo, ich bin Ralf. Ich habe mir entschlossen, in diesem Jahr einen YouTube-Channel zu machen. Ich habe so viele Hobbys, an denen ich euch gerne teilhaben lassen will. Zum Beispiel haben wir uns entschlossen, dieses Jahr einen Holzbackofen zu bauen. Wir hatten zwar schon mal einen, dieses Mal wollen wir es aber anders richtig machen. Wir wollen darin Brot backen, Pizza backen und viele andere leckere Dinge ausprobieren. Vielleicht gibt es dabei auch den ein oder anderen Tipp für euch. Außerdem gehen wir sehr gerne campen mit unserem Wohnmobil, das wir selber updaten, upgraden und reparieren. Vielleicht habt ihr auch daran Spaß. Meine Leidenschaft ist außerdem das Fotografieren. Ob in meinem Studio oder auch einfach im Freien oder auch in der Wohnung. Ich kann euch Tipps geben und Tricks, wie ihr mit einfachen Mitteln bessere Fotos machen könnt. Vielleicht entdeckt ihr dabei auch selbst die Leidenschaft am Fotografieren. Wenn ihr an einem meiner Themen oder auch an allen, vielleicht werden es dieses Jahr sogar noch mehr, Interesse habt und mir folgen würdet, würde ich mich sehr freuen. Euer Ralf von Piper Banks